Peter, wir kommen zum Abschluss. Wir haben ja von diesem Land gehört und von irgendwelchen Leuten, die da regieren. Und jetzt reden wir über Autos, die da über die Straßen brechen. Genau, da sind wir in dem Land mit dem König Karl schon ein bisschen weiter. Und jetzt sind wir, wer bei uns blieb, der wird den Running Gag verstehen, sind wir bei König Kurt angelangt. Und ja, Kurt und Manuel, auch von Kegern, werden uns einen interessanten Vortrag über eine interessante Industrie. Genau, auch hier werden wir gleich auf Konserve umstellen. Aber wir gucken gemeinsam drauf und am Schluss dann Q&A. Manuel, Kurt, wollt ihr noch ein paar Worte? Ja, kann ich machen. Also wir waren ja in der Vergangenheit mit König Karl und wir sind jetzt in der Jetzt-Zeit mit König Kurt. Und Kurt Tesla ist ja so ein Thema. Da redet irgendwie sie die ganze Welt drum. Und wir haben uns so mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Genau, haben wir. Weil irgendwie scheint es ja, dass Tesla irgendwie sich ganz anders verhält wie der ganze Rest der Welt. Und das hören wir uns jetzt vielleicht einfach mal an, oder? Kann man viel daraus lernen. Wir sind gespannt. Ja, hallo, herzlich willkommen bei der diesjährigen Tool for Agile Teams zu unserem Vortrag, warum Tesla die Welt erobert. Mein Name ist Manuel Marsch von der Kegner AG. Ich habe den Kurt Jäger mir heute mitgebracht. Ja, ich komme auch aus derselben Firma. Genau. Und wir möchten unseren Vortrag beginnen mit einem kleinen Video. Keine Sorge, es gibt keine Katzen und keine Hamster. Ja, es gibt keine Katzen. Und ich würde sagen, die typische, ich würde sagen, German state-of-the-art lane-keeping-emergency-assist-systems. Lane-keeping ist wirklich gut. Ich würde sagen, es ist ein bisschen... Hey, you can turn it around. Oh, just in your back. Ja, turn it around. Okay. Ja, Kurt, was haben wir gesehen? Also der VW-Chef und der Elon Musk von Tesla sind zusammen Elektroauto gefahren mit einem VW und hat eigentlich alles so funktioniert soweit, oder? Ja, funktioniert hat es schon. Aber, naja, was hat er gesagt? Ganz freundlich. Das mit der Acceleration wäre nicht so toll gewesen. Und ich glaube, die sind da auf dem Flugfeld gefahren, oder? Kann das sein? Ja, gut. Boah. Also ich meine, da kriege ich jedes Auto einigermaßen zu fahren, wenn es sein muss. Lass uns doch... Ja. Das heißt, VW hat es doch noch nicht so ganz geschafft, an Tesla ranzukommen. Ich glaube das lange nicht, dass sie das geschafft haben. Ich meine, die versuchen jetzt aufzuholen, aber dazu müsste es ja schneller sein als Tesla. Und ich glaube, wir können ja mal ein bisschen zurückgucken, wie die das eigentlich gemacht haben vor ein paar Jahren, wie das angefangen hat. Mhm. Tja, was sieht man da? Ein Auto, oder? Ich glaube, das war das allererste Elektroauto, das Tesla versucht hat zu bauen oder gebaut hat eigentlich. Und ich finde, da gibt es unten links und rechts noch so zwei kleine Bilder, die eine ganze Menge erzählen über dieses Auto. Also erstmal, das Auto existierte ja vorher, das haben wir einfach nur umgebaut. Und das Erste, was ich schon unheimlich bemerkenswert finde, ist das, wo der gelbe Pfeil drauf zeigt. Das heißt, die haben bestimmte Visionen mit dem Auto gehabt. Die haben gesagt, hey, pass auf, wir bauen ein Auto mit einer besseren Beschleunigung als einen 911er Porsche und mit einer Reichweite von größer 400 Kilometer. Also einfach mal gesagt, das ist die Vision. So, und dann haben sie angefangen zu bauen. Und dann sieht man da so ein bisschen, dass da war nicht genug Platz für die Batterie oder die Batterie, die drin war, die hat halt keine 400 Kilometer, sondern nur 300 gefahren. Was machen die? Die nehmen einfach eine Flex, schneiden mal ein bisschen durch, mal ein bisschen Platz, kommt ein T-Träger rein, schwuppdiwupp, und dann haben wir wieder Platz für Batterien. Das heißt, der Wagen, der da genommen wurde, der wurde verlängert, damit die Batterien reinpassen. Das war das eine, was cool ist. Und das Nächste, was man sieht, ist, die Batterien, die da eingebaut wurden, sind Standard-Batterien, Standard-Laptop, einfach von der Stange runter. Davon natürlich eine ganze Menge, aber das ist natürlich schon eine coole Nummer, das dann einfach mal so zu probieren. Also haben wir es nochmal, das war ja, weil die Vision mit Vision fängt alles an. Elektroauto bauen, bessere Beschleunigung als ein Porsche und Reichweite von 400 Kilometer. Wenn ich mich so richtig dran erinnere, 2003, da gab es von BMW auch schon irgendwie so ein i3 oder so. Ja, fuhr nicht so schnell, fuhr auch nicht so weit. Ja, also war schon eine ziemliche Challenge, ne? Ja, klar. Also das macht er natürlich, er challenged sich, ne? Und ich meine, man sieht ja dann auch ganz schön, wenn man das mal ein bisschen prinzipieller betrachtet, was er da eigentlich gemacht hat, ne? Also das heißt, er hat halt eine Vision gehabt, die ist challenging, sonst er langweist, ist auch keine Vision. Und die implementiert er halt inkrementell, ne? Also Prinzip, Methode ist, du hast eine Vision, du hast ein Hypothesis-Statement, ne? Also die 400 Kilometer willst du auch hinkriegen. Und dann gehst du mit einem Minimal Viable Product her und wirklich kleinstmögliche Experimente her, jetzt am echten Auto, weil sonst kriegst du es halt nicht verifiziert, ja? Und bastelst das halt stückchenweise so lange auf, bis es funktioniert. Handgebaut. Hat ziemlich viel von Agile, wie wir es heute nennen würden. Ja, ich glaube, Craftmanship ist auch ganz gut, ne? Also Software-Craftmanship, sehr viel Agiles dabei, ja klar, natürlich, ganz viele Elemente davon. Und Achtung, wir sind gerade in der Hardware-Branche, ne? Also das war jetzt Hardware, nicht Software. Ja, ja. Ja, 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 genau, ja, genau. In Deutschland geht das immer nicht, weil mit Hardware geht das ja nicht, ja, ja. Okay, gehen wir mal ein Stück weiter, weil, ich sag mal, ein Auto hinstellen und damit rumfahren ist ja ganz nett, aber wir müssen ja irgendwie mal ein bisschen mehr gehen, ne? Da haben wir auch was vorbereitet. Crash-Test executing in 3, 2, 1. So this is our Crash-Test Barrier Lab. The test vehicle starts at the end of the track, about 340 feet away. We attach the vehicle to the propulsion system to the steel cable here. The two Model S Performance Drive units pull the test vehicle all the way down the track until it's about 3 feet away from the wall. Well in advance of us ever producing a physical prototype, we're running thousands of Crash-Simulations. So at the design level, we'll produce 3D models of the parts and we'll simulate those using very complex and sophisticated mathematical models that represent the physics of a crash. Das tut mir immer so weh, die Autos gegen die Wand fahren, ne? Ja, das tut sogar da richtig weh, weil die, die ja dauernd gegen die Wand fahren. Die fahren ja nicht nur ganze Autos gegen die Wand, sondern die fahren ja das Zeug vorher einzeln gegen die Wand, ne? Die nehmen Reifen, schmeißen die gegen die Wand, Cockpit wird gegen die Wand geschmissen, Chassis gegen die Wand geschmissen, wird alles gegen die Wand geschmissen. Weil die halt Lean Production machen, ne? Das heißt, die lernen, auch wieder lernen, sehr sehr früh, indem sie halt schon mal Einzelteile gegen die Wand schmeißen. Kann man auch schon mal eine Menge messen als Ingenieur. Oder indem man halt dann auch mal modelliert, ne? Und dann ein Modell hat und quasi die Autos als Modell gegen eine virtuelle Wand fahren lässt. Und das ist halt schon ein irre Unterschied zu dem Thema, was die deutschen Automobilhersteller tun, die das Thema Krächtest ganz am Ende am besten noch delegieren auf ein anderes Unternehmen, ja? Dann lernt das andere Unternehmen übrigens sehr viel mehr über das gekrächte Auto als der Besteller, also der, der es beauftragt hat. Und das ist halt ein wesentlich anderer Approach, ne? Das ist total anders. Und das machen die ja nicht nur mit den Autos, ja? Sondern das machen die ja auch mit den Fabriken, ja? Das heißt, die werden auch nicht komplett durchdesignt und dann noch ein bisschen feingetunt, sondern die werden iterativ inkrementell, werden die gebaut. Und das ist auch natürlich wieder ein kompletter anderer Approach. Und somit gehen die dann sukzessive, ne? So vom Handwerk nach außen in eine Serienproduktion rein und lernen dabei extrem viel. Und das, genau, das kann man sich dann auch noch mal ein bisschen prinzipiell angucken, ne? Von der Manufaktur zum Serienhersteller. Model erst Lean Production. Was heißt das? Naja, die machen halt echt eine Lean-Dev-Brot mit VIP. Die machen nicht alles gleichzeitig. Da wird nicht irgendwie 40 Projekte gleichzeitig bestellt. Blödsinn. Da wird eins gemacht, wird ausprobiert, gelernt, gemacht, ausprobiert, gelernt, gemacht. Wird gleich eins. Oder niedrig auf jeden Fall mal, ne? Und was noch ganz cool ist, die machen natürlich auch nicht als erstes eine Plattform. Also ich meine, Plattformen in der Automobilindustrie super beliebt, ja? Weil die kann es ja re-usen. Ja, aber dann kann es halt auch nicht mehr viel ändern, ja? Und was er macht, er macht einfach mehrfach parallel das für jedes Modell. Er hat gar keinen Plattform-Ansatz. Also er kann dann Dinge wieder verwenden. Das tut er schon. Aber nicht, indem er von Anfang an Plattformen denkt, sondern er denkt von Anfang an erstmal Auto. Er denkt an seinen Kunden und denkt ans Auto, ja? Und was er dann natürlich auch macht, er bindet schon seine Zulieferer ein, aber mehr über ein Kooperationsmodell, ja? Und nicht über eins, ja, wir machen hier mal, ich sag mal, Kostendruck und bis es Blut spritzt. Ja, wenn du Innovation haben willst, brauchst du Raum, brauchst du Platz für Innovation. Wenn es Blut spritzt, wo hast du denn da Platz für Innovation? Hast du gar keinen Platz? Das ist die Daumenschraube direkt auf dem Nagel und da ist kein Platz, ja? Und insofern dann zu glauben, dass die Zulieferer die Innovation für die Automobilindustrie machen, das ist natürlich ein Fake, ja? Also vielleicht, kommen wir da ganz zum Schluss nochmal dazu, vielleicht schafft das eine Condi oder eine Bosch, aber diese kleinen Zulieferer, die da unterwegs sind, ganz, ganz schwierig. Und was du dann dafür natürlich haben musst und magst, das ist halt dann auch ein Lean-Portfolio. Das heißt, er überlegt sich sehr wohl, wie er die Modellen aufeinander folgen lässt und was er für Hypes benutzt, um dann weiter mit kleinem VIP weiterzuentwickeln und weiter in die Serienproduktion zu gehen. Ja, und Portfolio ist ja schon schön, also wir hatten ja den Roadster, das erste Modell, was so ein bisschen Spaß-Auto war, also macht ja auch Spaß, aber kleine Zielgruppe, nicht so anspruchsvoll. Dann sind wir jetzt beim Model S jetzt, also momentane Cash-Cow, ja, Luxus-Segment, trotzdem E-Auto, trotzdem Performance, trotzdem gut, ja, aber jetzt hört er ja nicht auf. Also der geht ja direkt weiter, schauen wir uns das nächste an, ja. Also der geht ja direkt weiter, schauen wir uns das nächste an, ja. D này aparte, können wir uns das nächste an, ja. ES104-Min. So вдруг ist hacker und persönliche Hilfe von auch, nicht cool. Es vai draft das nächste an, ja. Aus jetzt in Berlin, wo wir uns das nächste an, ja, ergerationateuer. So, dass wir des phär artists gebaut und analysieren. Baust ist ja schon mal, ja. Dann ist ja loyal, ich bin mal her, oder so. Ich bin mal nicht so es, ich bin mal hier und Op Xavier, bin mal guerra zu sein. Alles klar, weil ich bin so ein, ja. Das ist,ー mira und sinnvoll. Das ist ja auch spannend, also das Model S gerade mal auf den Markt gebracht, vielleicht noch gar nicht in Europa, sondern in den USA erstmal und schon direkt weiterdenken. Also was kommt nach dem Auto? Nach dem Auto kommt der Lkw. Und da hat er ja auch ganz spannend. Also wie du gesagt hast, keine Standardisierung, sondern frag mal deinen Lkw-Fahrer, was er eigentlich so braucht, wenn er Transportdienstleistung hat. Das ist ja total cool, rechts. Also warum brauchen Lkw zwei oder drei Sitze, wenn der Mann alleine fährt? Also vor allem, ich meine, er hat das ja wirklich, das sieht man bei dem Auftritt ja schon ganz schön. Der ist ja mit der Lederjagd da raus. Das Publikum, das sieht man jetzt in dem Video nicht, das Publikum auf der anderen Seite, die Hälfte davon sind Trucker. Und das sagt einem auch schon wieder ganz, ganz, ganz viel, weil er hat das aus der Nutzersicht entwickelt, das Produkt. Der hat erstmal die Trucker gebracht, sag mal, was ist denn euer Paint? Wo tut es denn euch weh? Also wirklich das, was man mit Agilität, das man mit Design-Thinking, also wirklich einfach diese normalen, normal sei es schon, diese Methoden angewandt und hat sie wirklich aggressiv, also durchgezogen. Das heißt, er ist erstmal hergegangen und hat dann die Trucker-Frage gesagt, was ist denn euer Problem? Hey, Reifen wechseln, Bremsen kaputt, was hat er denn für Probleme? Und hat dann sein Produkt aufgebaut auf den Problemlösungen für die Trucker und hat sich überlegt, was ist denn ein Elektro-Truck, was kann der mir bieten, um deren Probleme zu lösen? Und da sind wir schon wieder genau dasselbe. Auch da kann man jetzt wieder hergehen, kann sich mal ein bisschen prinzipiell das angucken. Das ist halt cool, weil er macht halt eine echte End-to-End-Denke. Und das ist schon begeisterungswürdig, was er da treibt. Und er kann das auch wirklich für seine Mitarbeiter benutzen. Die motiviert er damit und die Kunden motiviert er auch. Und das ist natürlich total schön. Er macht dann Design-Thinking, Empathy-Maps. Wozu machst du Empathy-Maps? Ja, verstehe deinen Kunden. Das hat Harley-Davidson ja auch gemacht. Also verstehe, die Biker haben die noch in der Firma rumlaufen lassen, damit einfach diese Kundenbeziehung, dieser Spirit da ist. Das hast du ja bei Truckern auch. Das ist ein ganz spezifisches Völkchen. Und fragt ihr einfach, was ist der größte Schmerz? Und so bietet er das jetzt auch an. Der hat quasi ein Dutzend Themen runtergebetet. Die waren alle volle Begeisterungsstürme. Die haben da alle gesessen und haben unheimlich applaudiert. Ja, und so musst du das machen. Das ist auch wieder übrigens nichts Neues. Aber halt so eine Methode wie Job to be done. Mal im Problemraum bleiben, mal die Leute fragen, was sind ihre Probleme eigentlich. Und dann natürlich ein Produkt anbieten. Aber dann auf der Argumentationslinie der Probleme. Und nicht, wir sind, weiß ich nicht, der beste Trucker-Hersteller der Welt. Nicht Quatsch. Also einfach nur hergehen und sagen, okay, was habt ihr heute für Probleme? Spannend ist ja auch die Geschichte. Also wenn du jetzt denkst, Elektro-Truck. Ja, so ein Truck, der fährt ja. Also der fährt ja eine bestimmte Strecke. Und die müssen ja auch mal tanken oder so. Und da hat er aber genau wie beim Porsche auch. Der hat ja gesagt, Trucker, wie viel fährst du denn so am Tag? Und dann sagt der Trucker, was weiß ich, 600 Kilometer. Und dann ist die Batterie genau für 600 Kilometer. Weil wenn der Truck über Nacht steht, kannst du auch laden. Also nicht mehr, ich tanke da irgendwie möglichst groß voll. Geht ja bei Elektro nicht Batterie zu groß. Ja, sondern wirklich genau, Trucker, welche Strecke fährst du? Und dann kriegst du die Batterie genauso designt, dass du für einen Tag... Ja, der hat sich ja sogar noch gechallenged. Weil das ist ja keine Frage, wie weit darf ich fahren? Sondern wie lange darf ich fahren? Das ist ja Lenkzeit. Das heißt, der darf ja nur so und so viele Stunden fahren. Da muss er halt einen Stopp machen. Und das Geile an der Nummer ist ja, diese Trucks sind ja 30% schneller wie normale. Insofern kommt er sogar in der 30% der Zeit noch weiter. Ja, so weit muss er halt kommen. Ja, und dann sagt er, naja, jetzt muss der hier eh eine Stunde, zwei Pausen machen. Und dann brauche ich doch jetzt hier nur eine Ladestation. Achtung, das ist wichtig. Ökosystem, ja, Ladestation, die müssen natürlich dann da sein. Das heißt, das muss man schon auch noch mit überlegen. Ja, da hat er natürlich jetzt aus dem Thema Model 3 und Model S hat er ja viel, viel, viel gelernt. An der Nummer, was er jetzt benutzen kann. Ja, klar. Cool. Wir haben noch was, haben noch was mitgebracht? Ja, klar, wir haben noch was mitgebracht. Ganz scharfe Sache. Achtung, Achtung. Auch schöne Sache hier. Ja, für wen baust du das Auto? Baust du es für die Frau oder baust du es für einen Hund? Ja, und der, der bezahlt, ist nicht immer der, der es benutzt. Ja, und auch da wieder so ganz einfache Nummern, ja. Sich einfach mal zu überlegen, was, was machen eigentlich Autofahrer mit Hunden? Und immer wieder diese Problematik, dass die halt in den zu heißen Autos umkommen, respektive, dass Leute von draußen, die da vorbeilaufen, ne. Übrigens auch denken, Gott geht es dem Hund schlecht, was ist denn das für ein Mensch, ja. Deswegen wird der auch dick und fett, 70 Grad Fahrenheit angezeigt, ne. Damit auch von außen, man, Achtung, das sind drei Leute, die hier im Spiel sind, die er hier mit, mit, mit verbaut hat, ja. Das ist eine super Nummer, natürlich. Ja, auch das wieder die Möglichkeit halt mal zu differenzieren und den User und den Kunden mal zu unterscheiden, ja. Weil das hat er doch nachträglich, das hat er auch nachträglich per Software gemacht, oder? Das war doch, war doch auch so ein Feature, was er so smooth nachgeschoben hat, ne. Ja, genau. Ich meine, das ist das zweite Beispiel jetzt hier, ne, dass er sagt, naja, jetzt haben wir, er kann halt auch wirklich iterativ Inkremente nachliefern, ne. Also bei einem Auto, was draußen ist. Auch da tun sich andere sehr viel schwerer, ja. Das heißt, der, der hat halt die ganzen Sensoren schon verbaut, die Software war aber noch nicht so gut, um jetzt selbstfahrende Autos zuzulassen. Das hat er jetzt alles nachprogrammiert, nachentwickelt und jetzt haut er wirklich einfach mal ein Better Release raus. Auch das, das kann der halt machen, indem er nur eine bestimmte Anzahl von Nutzern freischaltet, ja. Der hat also volle, volle Kontrolle über die Art und Weise, wie dieses Auto genutzt wird, ja. Muss man auch, wenn man selbstfahrende Autos hat. Ja, geht ja gar nicht mehr anders. Da ist ja dann auch gar nicht mehr der Autofahrer versichert, sondern das, der Autohersteller. Also bei Versicherung muss man da auch nochmal drüber nachdenken. Das verändert das Business total, ja. Soweit zum Thema kleine Veränderungen, von wegen, ja. Ne, da haben wir auch, genau, haben wir auch nochmal, haben wir auch nochmal, wie immer, so ein bisschen unsere Übersicht. Also es hat ganz wichtig, Kunde versus Käufers versus Nutzer. Das haben wir im Trucker auch schon gehabt. Also nicht jeder Truckerfahrer kauft sich ja seinen eigenen Truck. Also die meisten würden gern, aber vielleicht viele nicht, ja. Also mal genau die Differenzierung, von wem bekomme ich das Geld, für wen mache ich das Auto, was auch mehrere sein können, wie wir in dem Video gesehen haben. Wer sind die Leute überhaupt? Also auch wieder Persona, Job to be done. Und halt, was ich halt so faszinierend finde, ja. Du baust einmal ein Auto und tut es ständig weiterentwickeln. Und zwar nicht in deinem Labor und nicht in deiner Fabrik. Du entwickelst es weiter, während es draußen ist. Ganz draußen auf der Straße, wo eigentlich ein Auto ja auch umhört. Also keiner, die Autos irgendwie bei der Entwicklung rumstehen haben, ne. Ja, klar. Da kannst du dann auch gar nicht mehr projekthaft denken, sondern musst du projekthaft denken, ne. Das ist echt der Produkt-Lifecycle, der hier läuft. Und das ist natürlich total, total cool, ja. Wenn du da nicht denkst, irgendwann ist das Projekt abgeschlossen, jetzt lieferst du das Gerät. Ein Quatsch. Ja, der muss ja auch in den Werken, wenn er diese Updates fahren will, muss er sogar in den Werken, die die Autos produzieren, muss er dauernd Updates fahren, ja. Das heißt, der wird, beide Seiten wird der iterativ, inkrementell weiterentwickeln. Und das hat er ja gelernt. Er hat ja genau das gelernt, wie komme ich eigentlich vom Craftmanship, also wie komme ich vom Handwerk hoch, in die Serienproduktion, ja. Weil da bewegt er sich ja dauernd selbst, ja, in dem Umfeld, in seiner Firma. Genau, das hast du vorhin ja schon gesagt, mit diesem Ökosystem, ne. Also geht ja nicht, also natürlich geht es irgendwie ums Auto, weil werden ja noch Autos verkauft, aber es geht ja gar nicht mehr so ums Auto. Also man sieht ja dieses Tesla-Verkaufsbude, sieht ja so ein bisschen aus wie ein Coffee-Shop oder so ein Modeladen, ja. Also nicht diese Paläste, die wir da von anderen Herstellern haben, wo du da gnädig in den Showroom rein darf, sondern das, gehst nach dem Shopping, gehst mal so in den Tesla-Store, gehst mal vorbei, setz dich mal in den Tesla rein, setzt mal schnell, ne. Die Auslieferung ist ja noch puristischer, ja, also nix mehr große Show. Dann aber auf der anderen Seite, ne, wenn man sich das Thema Wartung und Service anguckt, das ist ja total anders. Also statt, dass ich meinen Wagen in die Wartung oder in die Reparatur bringen muss, ja, meldet sich der Wagen bei Tesla. Und Tesla sagt, da müssen wir mal, das müssen wir mal was austauschen, ja, irgendwie ist was, wird demnächst kaputt sein. Und dann geht Tesla einfach her und fährt zum Wagen hin, da wo er halt steht. Wir wissen ja, wo der Wagen steht. Ich muss quasi der Besitzer nur noch sagen, ich mache den Wagen jetzt mal auf für die Tesla-Service-Leute. Und während der am Arbeiten ist, wird der Wagen repariert, ja, also kommt die Werkstatt zum Auto. Das ist ein totaler Mindset-Change. Und das muss man natürlich mal, das muss man natürlich denken können, ja. Also man muss da mal out of the box raus aus dem, aus dem Denken, dass immer die gleichen Leute immer die gleichen Prozesse haben. Blödsinn. Also der hat, der hat schon kein Händlernetz mehr und eine Werkstatt braucht er auch demnächst nicht mehr. Die fährt ja, die ist quasi down of the gas. Ja. Genau, also, hast du ja schon gesagt. Ja, also, denk halt raus aus der Box, verkauf nicht Autos, sondern gib den Leuten eine Möglichkeit für Mobilität, ja. Ende zu Ende. Job to be done und halt diese Variante im Kundenfenster. Also, ich weiß ja noch, ja, wenn du einen Werkstatttermin haben willst, was passiert? Ja, du gehst da hin, dann heißt ja, 8 Uhr weg, 9 Uhr weg, 10 Uhr weg, 12 Uhr konnten sie kommen. Ja, so, dann gehst du um 12 Uhr, dein halber Arbeitstag ist irgendwie am Ende, gehst mal in die Werkstatt, ja. Ja, und dann nehmen sie dein Auto mal knedigerweise ab und dann stellst du dich beim Leihwagen nochmal an. Dann heißt es aber, bist du in die Klänge, weil dann wollen wir ja zu machen, ja. Ja, genau, genau so ist es, ja. Und ich meine, das ist halt etwas, dass er halt wirklich hergeht und Rahmenbedingungen in Frage stellt. Das ist halt schon ziemlich Revolutzertum, ja. Ja, aber halt mit den Effekten, die es hat. Und er ist halt sehr stringent auf Kundennotzen fokussiert und findet dann die Ecken, wo er plötzlich neues Geschäft aufbauen kann. Wo er sagen kann, hey, das ist ja, das kriegen wir ja auch ganz anders hin, ja. Warum sollten wir das denn weiter so machen wie bisher, ja. Und deswegen ist er da halt auch unheimlich weit vorne, ja. Und hat, das ist ja nicht nur die Batterie, das ist nicht nur das selbstfahrende Auto und der Computer. Das ist dieses Out-of-the-Box-Denken, das er hat, ja. Und das dieses Unternehmen kultiviert. Das ist ja nicht nur eine Person. Aber, ja. Aber jetzt haben wir ja, also wir haben lange zugeguckt als Deutsche, sehr lange. Ja, aber guck mal, jetzt haben wir es doch geschafft, ja. Porsche hat es doch jetzt endlich geschafft. Ich weiß nicht, Nürburgring oder wo das war. Ja, also der Taycan 0,1 schneller als der Tesla. Ja, also jetzt sind wir doch wieder, jetzt sind wir doch dabei. Das sagst du. Ich glaube, das ist ein Sportwagen, das andere ist eine ganz normale Liniekarre. Erstmal der eine kleine Unterschied. Die Sportkarre kostet 185.000, die Liniekarre 145.000. Da kann man doch sagen, okay, sind aber jetzt gleich auf, gleich auf, ne. Ich glaube, eine Woche nachdem das passiert ist, hat Elon Musk gesagt, in einem Jahr, Achtung, in einem Jahr, in 2021, kommt er mit einem Wagen raus, der von 0 auf 100 in zwei Sekunden, Max-Geschwindigkeit 322, der wird den runden Rekord für den Nürburgring für Serienfahrzeuge machen, Reichweite 800, Achtung, 640 Kilometer und zum Preis von 140.000 US-Dollar. Und das ist natürlich, das schafft Porsche niemals nicht in dem Jahr. Never. Die brauchen ja wieder fünf für. Und deswegen, ja, das kann sein. Also nachdem ja das Model S, wie viele Jahre gibt es das jetzt schon, auf dem Markt ist und immer mehr Marktanteil, Marktanteil im Premium-Segment ja wegnimmt, der Model 3 ja übrigens dann im normalen mittleren Segment, hat jetzt Porsche es endlich geschafft, mal genauso schnell zu sein mit dem Sportwagen. Von mir aus geschenkt schneller, ja, und dann sagt der Elon Musk einfach, ja, ja, klar, nächstes Jahr lassen wir den einfach im Wind stehen. Und genau das wird passieren. Wobei es ja auch spannend ist, dass es gerade Porsche war. Wir haben ja viele Hersteller, ja, und Porsche ist ja auch eher so eine Nische. Also die Frage ist, wenn der BMW oder der Mercedes-Manager das sieht, der müsste ja eigentlich auch mal sagen, so, wo sind wir jetzt? Ja, also das war ja ein sehr einleitendes Video, was wir ganz am Anfang gesehen haben, wo man dann sagt, naja, da habe ich halt ein ID.3, das ist ja sowas wie ein Golf und der kann jetzt auch Elektro. Ja, Elektro kann der schon. Aber hast du mal versucht, mit dem ID.3 von München nach Hamburg zu fahren? Gerade vor zwei Tagen gab es einen schönen Artikel dazu. Und während der Tesla dir halt die Route ausrechnet und guckt, wo du zwischen tanken musst, kann der ID.3 das noch gar nicht. Der kann dir nur die nächste Station aussuchen. Jetzt bist du Vater mit zwei Kindern und willst nach Hamburg fahren. Also auch noch das Kundensegment, ja, wenn ich jetzt mutig bin und jung, dann mache ich das halt falsch oder kriege ich irgendwelche Tankstellen. Aber wenn ich jetzt Vater mit zwei Kindern bin und eine Mama neben dran, und die hat jetzt auch noch Ängst, dass man da auch ankommen tut. Da kann man nichts anderes, also saudünne Lösung, ja. Hat er einfach, ist nicht drin, kann der ID.3 noch nicht. Ah ja, dann demnächst mal vielleicht. Okay, super, also danke, ja. Das sind halt die Unterschiede, ja. Es ist, also hier sehen wir es ja wieder, ja. Also es ist halt einfach das konsequente Anwenden von, setzt hier ein Ziel, arbeite auf das Ziel hin, lerne draus und werde halt immer besser. Und das ist halt schnell. Ja, also hast du ja gerade gesagt, ja. Der macht ja ein Modell nach dem anderen und Porsche hat jetzt mal ein Modell nach einer gewissen Zeit, ja. Und halt komplett die Organisation in Frage stellen. MVP, ich glaube, der denkt und schläft nachts in MVPs. So, was kann ich morgen jetzt noch irgendwie anderes machen, ja. Was ich halt so faszinierend finde, das liegt, glaube ich, dran, dass Elon ein Physiker ist, der halt sagt, naja, wenn mir einer sagt, es geht nicht, das akzeptiere ich halt erstmal nicht. Ja, ich will erstmal wissen, dass es nicht geht. Klar, und das ist vor allem, er denkt halt in Objectives, ne. Und dann hat er eine lernende Organisation aufgesetzt, die diese Objectives aufgreift und sagt, das wollen wir jetzt wissen, das wollen wir sehen, da wollen wir mal gucken, was wir können, was wir nicht können. Dann nehmen die Schraubenschlüssel in die Hand und wird aber geschraubt, ja. Und das ist halt PDCA vom Feinsten, ja. Ich meine, so funktioniert das. Und zwar offensichtlich hat er das in der gesamten Organisation reingebaut. Er baut ja nicht nur Autos, das ist ja woanders genau dasselbe. Der sagt ja auch, er will zum Mars fliegen, hin und zurück, Achtung, zurück auch. Und es darf eine halbe Million pro Mensch hin und zurück kosten. Und was passiert? Naja, es werden Raketen gebaut, wo die erste Stufe alleine wieder landen kann. Weil es ist ja nicht so, 500.000 ist nicht so viel Geld. Und das heißt, du musst ja dann überlegen. Und da setzt sich jeder im Unternehmen seine eigenen Ziele und sagt, hey, was müsste ich eigentlich tun, damit diese coole Scheiß gemacht wird. Und das ist halt genau das, was er tut. Wobei, Rakete ist jetzt ein bisschen abgehoben. Aber wenn man sich den Aktienkurs hier anguckt, glaube ich, echt. Was doch. So kleiner, links oben sieht man es, kleiner Benchmark Tesla gegen VW. War lange Zeit ausgeglichen, wenn man das so als Rennen mal anguckt. War lange Zeit ausgeglichen, mal der eine vor, mal der andere vor. Und dann gerade, gerade in Corona, ja, also wo alle sagen, oh, wie Metzen, ja, da passt dann wieder Rakete, ne, also ab die Rakete. Das ist halt genau der Punkt, ne, während die einen schwächeln, das siehst du ja hier nur als gerade Linie, hat der andere halt genau diese Krisensituation genutzt und fährt jetzt an allen vorbei. Nochmal, das ist die Marktkapitalisierung, oder das ist der Börsenkurs, ne. Das heißt, wir sind da ein Faktor 10, sehen wir da, ne. Und das sieht man ja auch ein bisschen an den beiden Tabellen, die da rechts sind, ne. Also Tesla generiert halt Kapital aus Vision und Zukunft, siehst du wunderbar. Die Marktkapitalisierung liegt bei 300 Milliarden, ja. Der Gewinn ist noch negativ. Der Umsatz liegt bei 22 Milliarden, ja. Achtung, Umsatz. So, und wenn du VW anguckst, also damit sind die Nummer 9, ja, wenn du weltweit, wenn du VW anguckst, sind die in Deutschland Nummer 3. Mit einer Marktkapitalisierung von 70 Milliarden, das ist ein Sechstel, grob gerechnet, ja. Mit 13 Milliarden Gewinn und mit einem Umsatz, der zehnmal so hoch ist. Das heißt, die verkaufen zehnmal so viele Autos wie Tesla. Trotzdem ist Tesla sechsmal so hoch bewertet wie VW. Okay, das hat einen Grund, das hat einen deutlichen Grund, weil Tesla, weil Markt, also der Kapitalmarkt, ja, oder die Börse, die agiert halt auf Zukunft, ja. Da guckt man, was wird denn in drei Jahren sein. Na, ich kann dir sagen, was in drei Jahren ist. Wird spannend. Ja, und das Schlimme dabei ist ja, er hat ja fast alle Visionen, die er hatte, umgesetzt. Also das ist ja schon, wir sind ja schon in der dritten oder vierten. Ja, natürlich, ja, klar. Ja, und VW baut halt seit 100 Jahren Autos. Also ist ja okay, aber die bauen halt seit 100 Jahren Autos und der kommt halt her, haut das erste Ding raus, haut das zweite Ding raus, haut das dritte Ding raus, ne. Also schon. Ja, er hat halt eine viel höhere Dynamik in der Innovationskraft. Und was die Deutschen ja jahrzehntelang gut konnten oder von mir aus auch ein Jahrhundert lang, ist immer kleine Optimierung, kleine Optimierung, kleine Optimierung und sich so langsam durch, langsam, Achtung, das war der Begriff, langsam durchgefräst. Wir haben aber halt Accelerate, ja, das heißt mit langsam ist nicht. Und der Markt dreht halt immer schneller, ja. Und da muss man sich halt dann überlegen, was man macht. Aber wir können uns ja die Erfolgsprinzipien von Tesla auch nochmal angucken. Ne, was macht er? Er macht erstmal alles richtig. Aber was heißt das? Ja, das heißt, er arbeitet mit Visionen, ja, er stellt eine Vision auf. Und zwar eine, die challenge, sonst ist es ja auch keine. Ja, alles existierende in Frage stellen. Nicht einfach hergehen und sagen, ja, das war schon immer so. Ja, also der dumme Spruch, den brauchst du halt dann nicht. Und dann aufpassen, dann mit kleinen, schnellen, also klein deswegen, weil schnell, schnell ist Lernen. Mit schnellen Experimenten anfangen, ja, anfangen, Reifen gegen die Wand tauen, Cockpit, habe ich ja schon mal, gegen die Wand tauen, Lenkrad gegen die Wand, einfach lernen, 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 Lern, Lern. Ja, PDCA konsequent nutzen und dann inkrementell arbeiten und lernen, ja. Das heißt, eigentlich ist der Entwicklungsprozess und der Produktionsprozess gar nicht mehr so entkoppelt, wie das bei uns der Fall ist, wo wir dann auch mit Taylorism schaffen, ja. Und dann stellt er halt bei dem Requirements Engineer, stellt den Nutzer in den Mittelpunkt, ja, und erweitert dann immer, also immer wieder den Nutzer fragen, sag mal, was ist denn dein Problem? Jetzt kannst du Auto fahren, was ist denn dein nächstes Problem, ne, musst du vielleicht mal auf Toilette, was ist denn dein nächstes Problem? Und erweitert die Angebote immer um diese Dinge. Und ich glaube, da ist er extrem stark, das zu tun. Und dann natürlich, super konsequent, geht er hin und sagt, die Produktionsanlagen, die mache ich auch Linen und Agile. Also ich arbeite nicht nur innerhalb der Produktionsanlage Linen, sondern ich baue sie auch noch Linen und Agile auf und aus, ja. Und er denkt halt auch wirklich ein Ökosystem, ne. Das heißt, wenn er ein Elektroauto hat, dann brauche ich irgendwo Strom, oder? Es muss ja Ladestationen geben. Und das waren mit die besten Ladestrominfrastrukturen, jetzt mal auf Deutschland bezogen, die es in Deutschland gab. Sofort mit hingestellt, ja. Im Gegensatz dann zu einem ID.3, der sich jetzt gerade schwer tut mit Infrastruktur drumherum. Das Auto fährt, also wie gesagt, auf dem Flugfeld hingekriegt, hacken, ja. Und jetzt München, Hamburg, hm, pff. Ja, und da sieht man halt, das sind ja diese Erfolgsprinzipien, die die Tesla dann auch so weit bringen, ja. Und so erfolgreich machen. Jetzt wollen wir zum Schluss aber doch noch ein bisschen, also wir mögen ja auch deutsche Autos. Das ist ja nicht ganz, ja, so ein bisschen so Starttipps, ja. Also was wird man denn jetzt eigentlich machen, wenn man sagt, okay, der Tesla, der ist ja ganz weit vorne, der hat es verstanden. Aber eigentlich ist er ja in meinem Markt unterwegs, wird er gern doch nicht, dass er mir ganz so viel davon nimmt. Ja, also ich glaube, wir haben noch ein paar Ideen zum Schluss so, um das zu sagen, okay, wie kann man da drauf reagieren oder mitspielen? Genau, also ich glaube, das eine ist jetzt mal ein bisschen theoretischer, ist dieses Thema Start with a Why, Sinon Sinek. Also sich wirklich stärker nochmal Gedanken machen, warum, warum mache ich das, was ich hier mache? Was ist der, was ist der Nutzen für einen Kunden? Was ist, was ist da hinten dran, der, der, der Demand? Why? Nicht how, nicht what? Ja, und wir verkaufen ja ganz oft immer über das what, ja. Ich kaufe mir, also warum kaufe ich mir ein Apple? Ja, doch nicht, weil das ein Rechner ist und weil er rechnen kann, ja, das können andere auch, ja, sondern weil da hinten dran eine ganze, ganze Philosophie hängt, ja. User-Zentrizität und, 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 ja, also da mal herzugehen und zu sagen, mit dem Why anzufangen. So, und dann vielleicht dann doch, ich hatte ja Bosch schon mal erwähnt, vielleicht mal eine kleine, kleine Bosch-Geschichte, die mich dann wieder ein bisschen mutig stimmt, ähm, dass es vielleicht doch noch ein paar gibt, die überleben, ähm, Bosch ist hergegangen und hat, also Bosch, muss man wissen, die sind da so organisiert, äh, lauter GmbHs, alle ziemlich unabhängig und die haben, die haben wirklich sehr schön schnelles Geschäft gemacht. So, jetzt haben sie das Problem, die Innovation, die jetzt kommt, die ist immer größer, also disruptiver, wie diese kleinen GmbHs, die das Problem lösen können, können die nicht mehr. Das heißt, es betrifft immer gleich mehrere. Dann haben die aber ein Problem, wenn es mehrere betrifft, weil das kriegen sie jetzt nicht organisiert. Was haben sie gemacht? Dann sind hergegangen und der CEO von Bosch, hergegangen und hat gesagt, er sammelt jetzt mal von jeder, von jeder Business-Unit 10 Prozent ein vom Budget und das legt er jetzt mal in die Mitte und dann haben die, ähm, Ingenieure eingeladen, 200 Ingenieure, nicht, 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 nicht die Manager, nicht die Chefs, sondern die Ingenieure aus diesen Töchtern eingeladen und gesagt, Solle, pass mal auf, da liegen die Geldsäcke. Überlegt euch mal irgendeinen klugen Scheiß, den wir jetzt machen sollten, also Innovationsdenken, einen klugen Scheiß, den wir machen sollten und worauf wir jetzt die 10 Prozent hier verwenden. In kleinen Chargen, wenn es geht, schnelle Experimente. Und dann wurden halt so Sachen gemacht, wie selbstfahrendes Auto, oder? Klar. So, was ist, wenn jetzt jemand aufs Klo muss? Ah, da kannst du natürlich, kann das selbstfahrende Auto, könnte ja die nächste Toilette ansteuern. Dann stellt sich wieder an, 70 Cent, alle anderen im Auto warten wieder, bis der zurück ist, da bringt der vielleicht noch viel Kaffee mit, das wäre dann noch ganz okay. Ja, nee. Und dann haben die gesagt, naja, was soll es denn? Wie wäre es denn mit der selbstfahrenden Toilette? Ja, die dockt einfach an dem Auto an, das Auto fährt weiter, ich gehe mal kurz aufs Klo, rüberrutsche, wieder zurück. Die entsorgt sich auch gleich noch selber, ich habe überhaupt gar keine Zeitverluste, nichts. Ja, die fährt gleich zum nächsten Auto weiter. Also vielleicht muss man da eine Brille noch ein bisschen putzen, ja, alles gut. Corona-gerecht. Und solche Sachen überhaupt mal nur zu denken, ja, und da sehe ich halt eine gewisse Chance, dann doch wieder zu sagen, na, wenn die deutschen Ingenieure dann nochmal ein bisschen anfangen, Blödsinn zu machen, dann haben wir dann vielleicht noch eine Chance. Aber ich glaube, so muss man da auch rangehen, ja. Also man muss da wirklich out of the box und man muss dann coolen Scheiß machen. Und dann kommt man da vielleicht wieder eher auf eine Erfolgsstraße, weil es geht ja um Beschleunigung, ja. Es wird ja immer schlimmer und immer schneller. Und wenn du aufholen willst, müsstest du ja schneller sein, wie sich Tesla beschleunigt. Und ja, viel Spaß, ja. Und da muss man dann schon mal, glaube ich, aus der Box raus. Hat viel Applaus gegeben, das Bild übrigens. Haben viele verstanden, warum das ein schönes Bild ist. Gut, dann haben wir die Kurve auch so ein bisschen gekriegt. Ja, wir haben euch ein bisschen Insights aus Tesla erzählen können, was die Erfolgsprinzipien sind, was er gemacht hat, was er ausprobiert hat und auch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft, was man, wenn man nicht nur am Straßenrand stehen will und Zuschauer schauen kann als deutsche Automobilindustrie oder generell als innovatives Unternehmen machen könnte. Gerade mit dem Abschluss hier nochmal unsere E-Mail-Adressen, wenn einer noch Lust auf eine Diskussion hat oder auf unserer Homepage mal nachgucken. Wir machen auch noch andere coole Sachen. Dann sind wir für heute durch. Ja, danke, Kurt. Hat Spaß gemacht mit dir. Ja, leg doch mal die letzte Folie noch auf. Komm, da ist noch eine. Nein, andere Richtung. Ah, guck mal. Weil, was steht da? We love learning. Genau, das wäre jetzt nochmal so die Aufforderung an alle, die mit uns zusammen irgendwie lernen wollen. Gerne. Jo, also dann. Tschüss. So, Peter. Da hat der König kurz gesprochen. Eine rege Diskussion angeregt. Ich habe selten so viel Aktivität im Chat gesehen. Leider keine direkte Frage, die wir jetzt stellen könnten. Also, war natürlich provokant. Ja, und das triggert Emotionen. Eigentlich triggert er sowas wie, Tesla ist super oder ganz schlimm. Ja, gab es ja dieses Hin und Her. Musk und Tesla sind gut dafür da, dass man da voller Emotionen Positionen austauschen kann. Eigentlich steht da auch dieses Spannungsverhältnis Verbrenner und E-Auto. Und dann gibt es halt welche, die das eine gut finden und dann wieder andere, die für die andere Seite sprechen. Was mir da, ich hatte ja mit Kurt und Manuel im Vorfeld ganz kurz geredet. Und dann habe ich auch mal ein bisschen recherchiert. Und auf was bin ich gestoßen? Handelsblatt, Artikel von vor, ich glaube, sieben Jahren, acht Jahre. Auf dem Titelblatt, Daimler ist kurz davor, Tesla zu überholen. Ja, also richtig so, jetzt ist es nur noch zwei, drei Schritte. Und dann, weil ja auch Daimler ja auch in Elektromobilität investiert hat und so weiter und so fort. Und jetzt sind es ja eigentlich nur ein paar kleine Schritte. Und dann haben wir das Thema wieder vom Tisch. Und jetzt am 27.11. auch wieder Handelsblatt. Herbert Dies, der Wandel wird sich in zehn, meiner Meinung nach ein Klammerfragezeichen, Jahren vollziehen mit oder ohne Volkswagen. Also da denke ich auch an diesen Spruch, überholen ohne einzuholen. War ja auch schon mal ein sehr erfolgreiches Modell. Und ich glaube, das ist so das Spannungsverhältnis, in dem wir uns bewegen. Und die Argumente, die jetzt ausgetauscht worden sind, auch im Chat, die sind ja alle relevant. Ja, natürlich haben wir ein Problem mit der Elektromobilität. Wo soll der Strom herkommen? Wie sind die sozialen Fragen? Braucht man das überhaupt? Gibt es nicht eine andere? Aber es gibt auf jeden Fall jemanden, der da eine Industrie durcheinander rüttelt. Und auch konkrete Fragen versucht zu beantworten, die wir halt mit den alten Ansätzen nicht beantworten können. Und ich glaube, das wurde jetzt in dem Vortrag gut herausgearbeitet. Was sind denn eigentlich so Fähigkeiten, die man ausprägen muss, wenn man sowas machen möchte? Genau, darum ging es uns ja. Wir haben Emotionen benutzt und Erfolg, Entschuldigung, Erfolg und Emotionen benutzt, um dann ja immer wieder Prinzipien hinzuschauen. Wir haben immer gesagt, okay, was macht denn der eigentlich? Und wir könnten jetzt das ganze Elon Musk-Thema rausnehmen, das ganze Tesla-Thema rausnehmen, würden diese Prinzipien hinstellen, würden alle gähnen und sagen, ja, das wissen wir doch alles schon. Ja, schon, wissen schon, aber machen ist das Thema. Ja, und das ist ja auch unser Job, wenn wir jetzt mal angucken, was wir die letzten zehn Jahre gemacht haben in dieser agilen Transition, die wir machen. Es ist ja nicht, dass sich, es gibt jetzt einen neuen Scrum-Guide, gut, also das Wissen, ja, das ist ja limitiert. Darum geht es ja gar nicht. Da sind noch neue Sachen dazugekommen, alles gut. Aber das Machen ist das Thema. Und was Elon Musk halt zeigt, ist, dass man, wenn man das konsequent tut und alle Dimensionen halt konsequent ausrichtet, dass man damit halt enormen Erfolg haben kann. Und das ist das, glaube ich, wo im Moment ganz viele große Konzerne mit ihr Problem haben, dass sie das eben nicht konsequent tun, sondern zig Dimensionen aufbauen, die sich gegenseitig behindern. Und Elon Musk baut Dimensionen auf, die sich gegenseitig befruchten. Und das ist der Unterschied. Ja. Manuel. Ja. Du hast es schön zusammengefasst. Also wir waren ja auch beim Erstellen des Vortrags ein bisschen erstaunt. Also die Prinzipien ist ja alles Open Source. Der hat jetzt nicht die Berater von irgendwo eingekauft. Vielleicht hat er sie, aber bräuchte man nicht. Das ist alles Open Source, wie der Kurt gesagt hat. Nimm's, mach's, mach's konsequent. Und wenn du ein bisschen langen Atem hast, klappt's halt. Ja, also die Orchestrierung ist natürlich, da brauchst du dann, also um jetzt mal wieder Werbung für Coaches und Consulting zu machen, die Orchestrierung braucht halt Erfahrung und braucht es halt Standing und Überzeugungskraft. Also das heißt, es ist nicht nur Coaching, es ist auch zum Teufel Consulting, ja. Vor allem, wenn du nachher in die Management-Ebenen reingehst. Aber eigentlich geht es nicht darum, gutes Scrum zu machen hier, sondern eigentlich geht es darum, ein Ökosystem aufzubauen, wo ein Scrum gut leben kann. Um es nochmal so rum zu formulieren. Und das sieht man bei Tesla halt sehr schön. Wir haben immer Elon Musk gesagt. Also wir meinten damit natürlich das Unternehmen, ja. Das war eine Verkürzung, Entschuldigung dafür. Das ist nicht er alleine, sondern das sind eine Menge Leute, die da so tippen. Ich finde, man sieht aber auch daran ganz schön, auf dieses pointierte, auf eine Person reduzieren. Wir halt eben auch, wenn wir uns eben auch darüber unterhalten, eben auch seine Visionen funktionieren und eben auch anstecken. Dass sie eben plakativ sind, dass man sich das vorstellen kann, dass man es vor Augen sieht. Da geht es um Raketen, die fliegen, um Autos, die fahren. Und es hat eben sehr reduziert. Und ich glaube, das spricht uns als visuelle Wesen natürlich dann auch sehr an, wenn es so etwas Plakatives ist. Und dann funktioniert so eine Geschichte natürlich auch so. Ja, aber das ist mehr. Das ist nicht so. Also der macht halt wirklich OKRs. Also um nochmal einen fachchinesischen Begriff hier reinzuschmeißen. Der macht Objective Key Results. Ja, der sagt, er will zum Maß und zurück und es darf 500.000 Kosten pro Nase. Das heißt, das ist ein Objective, das ist eine ganz klare Ausrichtung. Und dann sucht er Leute, und das finde ich total schön, er sucht Leute, die dann ihre Objectives dazu, ihre privaten, nochmal, das ist kein Reporting. Das geht nicht darum, ihr müsst das jetzt machen, sondern andere Menschen können dann ihre Objectives dazu beisteuern, was sie beisteuern wollen, auch wieder als Kiresalt gerne, um das zu unterstützen. Und damit generiert er Missionen in seinem Unternehmen oder in seinen Unternehmen, denen die Leute folgen. Und das löst halt Begeisterung bei den Mitarbeitern aus. Also auch Commitment, auch Alignment. Ja, da gibt es viele deutsche Unternehmen, die haben ein Riesenproblem damit, dass der Purpose überhaupt nichts mehr mit dem Geldverdienen zu tun hat. Ja, das Problem hat er nicht. Ja, und ich glaube, da müssen wir halt auch deswegen auch diese Toilette und Bosch, in dem Moment, wo wir wieder anfangen, mehr Purpose zu denken, wird es wieder spannender, dort zu arbeiten in den Unternehmen. Und werden diese Unternehmen dann auch zukunftsorientierter wieder mehr Geld. Solange wir nur Effizienz, Effizienz, Kosten, 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 das ist, das hat ein Ende. Damit kannst du nur gegen die Wand laufen irgendwann mal. Hast du dein Ziel erreicht, hast du keine Kosten mehr, ne? Hast du keine Kosten mehr, wenn ich ein Feld erobert habe? Also ja, ist alles klar. Also ich meine, schauen wir mal. Also ich glaube, da gibt es schon noch Möglichkeiten. Auch die Qualität, die wir in Deutschland als Ingenieure, als, ich meine, ich bin ja nur Physiker, ich bin ja kein Ingenieur, aber als Wissenschaftler vielleicht haben. Man sieht das woanders, ne? Also es gibt zum Beispiel in der IT, dann sind wir jetzt wieder bei der Software, in der IT ganz coole deutsche Unternehmen. Ja, die machen ganz coole Produkte und verkauft werden sie von den Amis. Also jetzt kam gerade auch nochmal ein ganz spannender Hinweis durch die Michaela. Elon Musk hat natürlich einen Vorteil. Er fängt an, auf seiner Wiese das hochzuziehen. Und wenn du jetzt ein Daimler bist oder ein Volkswagen mit 500 Jahren Unternehmensgeschichte und der Staat ist engagiert, du hast viele Interessensgruppen dabei, du hast auch viele bestehende Verpflichtungen und so weiter. Und du hast eine ganze Truppe, sagen wir mal, über 50 Jahre darauf konditioniert, auf eine bestimmte Art und Weise zu arbeiten. Dann fällt es natürlich viel, viel schwieriger. Und genau das ist die Herausforderung, der man sich stellen muss. Wie durchbricht man jetzt im Prinzip diese Strukturen? Weil man kann natürlich die Probleme ignorieren. Aber die werden einen halt nicht ignorieren. Das ist ja auch genau das. Also jetzt breche ich mal eine Lanze für Scale Asia Framework. Das ist ja auch das, wo Save versucht, ein bisschen ganzheitlicher heranzugehen und nicht nur einfach Scrum zu denken, sondern zu sagen, oh, da brauchen wir vielleicht mal ein Lean Portfolio Management. Und das hilft dann schon erheblich, wenn man die Entwicklungssysteme nicht verstopft, nur weil das Budget da ist, 100 Projekte gleichzeitig zu machen, sondern zu sagen, hey, lass uns WIP mal klein machen. Das sind ja auch diese Prinzipien. Also ich denke, wenn man sich an den Prinzipien ausrichtet, nicht an Elon Musk, das kann man versuchen, aber ich glaube, es ist eher die Frage, kann man das Unternehmen so alignen? Und das ist eines der Grundelemente von Save, zu sagen, wir machen Alignment. Kann man das Unternehmen so alignen, dass man das an Zielen ausrichtet und dass man das an Purpose wieder ausrichtet und dass man da coolen Scheiß macht? Ich finde jetzt hier auch noch einen weiteren Hinweis vom Daniel. Tradition kann schon hinderlich sein. Ich glaube, das kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Man kann ja auch was sehr Positives aus der Tradition kreieren. Also wenn ich da mit Unternehmen arbeite, haben die ja auch eine Geschichte oder eine Entwicklung hinter sich. Und dann arbeite ich mit den alten gestandenen Ingenieuren und sage, hey, wir schieben jetzt mal diese bürokratischen Dinge, die sich halt so etabliert haben über die letzten 20, 30 Jahre, schieben wir ein bisschen den Hintergrund und wir fokussieren uns wieder auf die Arbeit. Und das sind so diese Schritte, die man da auf... Und dann kommt der Stolz wieder, kommt das Leuchten in den Augen, endlich wieder... Das ist genau das Beispiel, was Bosch gemacht hat. Deswegen finde ich das so geil, cool, wirklich schön. Die haben Ingenieure eingeladen. Das heißt, die haben an die Ehre der Ingenieure appelliert. Die haben gesagt, das macht doch mal irgendwie... Also wer seid ihr? Lasst uns doch mal out of the box denken. Und da gibt es genug Leute in Deutschland, die out of the box denken können. Natürlich, ja. Das geht schon. Und warum hat jetzt... Wer war der erste deutsche Hersteller, der es geschafft hat, ein Auto zu bauen, das wenigstens so schnell ist wie der Tesla? Das war Porsche. Das ist immer noch eine Schrauberbude. Also viel mehr eine Schrauberbude wie Audi und viel mehr eine Schrauberbude wie VW. Wenn man die dreimal vergleichen mag, im gleichen Konzernkonstrukt. Das heißt, am ehesten kriegt das im Moment vom Mindset, von dem, wie die Leute denken, noch eine Porsche hin. VW hat einen ganz anderen Ansatz. Eine ganz andere... Diese Plattformnummer. Ganz, ganz anderes Denken. Und insofern schauen wir mal. Und zum Thema Tradition. Wo kommt der Name von Tesla noch schnell her? Genau. War das nicht irgend so ein alter Physiker von Synthemalen? Also das hat ja auch Traditionswurzeln. Und es gab übrigens mal einen Investor bei Tesla und der hieß Daimler. Schade, dass sie so viel ausgestiegen sind. Das war ein Fehler. Jetzt geht es um die Werte. Jetzt sagt der Elon Musk in Berlin, zwei Tage her, sagt er, ich mache keine feindlichen Übernahmen. Ich hake hier ganz kurz mal ein, auch passend zu Kurzvorstellungen, die ich gelesen habe. Ich bin Geschichtenerzähler und gebe immer lange Antworten auf kurze Fragen, um das auch weiterhin fortsetzen zu können, weil der Diskussionsbedarf ist natürlich sehr rege. Wir sind aber längst über die Zeit. Ich will nur wenigstens der Form halber alle, die jetzt noch dabei sind, so ein bisschen auch der Form halber, aber eigentlich gehen müssen, ganz herzlich verabschieden und vielen Dank sagen bis morgen. Und aber gerne die Diskussion auch noch aufrechterhalten. Ich will das gar nicht unterbrechen, nur wenigstens kurz einmal Tschüss und vielen Dank gesagt zu haben. Es sind immer noch viele Leute online. Das können wir sehen. Es sind noch über 60 Leute, die offensichtlich mit dabei sind. Insofern gerne weiterreden und ja, erstmal vielen Dank und auf Wiedersehen. Und jetzt an die, die noch bleiben, weil es nun mal der Scaled Agile Track ist, ist hier noch eine weitere Frage auch von Michaela gekommen, konkret als Nachfrage auf das, was eben gesagt wurde. Nämlich die Frage, ist safe da eine Brücke für Konzerne in einer agileren Arbeitsweise oder ist es eine einfache finale Problemlösungsvorschrift? Oder ist es was ganz anderes? Manu, da gab es doch einen Vortrag, da gab es doch einen Vortrag, Peter. Da haben wir doch einen Vortrag heute mit da gehört, was safe ist. Mensch! Gut, den möchte ich jetzt nicht hier einspielen. Vielleicht könnt ihr das, vielleicht könnt ihr das nochmal, die Geschichte nochmal komprimieren, auch von den Märchen auf, vielleicht, keine Ahnung, ein Limerick oder so. Also kurze Antwort, safe ist eine Möglichkeit und die hat einen gewissen Charme, weil sie dieses deutsche Bedürfnis, es sieht komplex aus, es könnte funktionieren, befriedigt. Und safe ist eine Möglichkeit, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Das wäre meine kurze Antwort. Ansonsten gab es da einen Vortrag heute, Peter. Viel länger als Manuel. Ich bin Basis-Agilist. Ich mache das schon seit 20 Jahren und ich muss sagen, also Agiles Manifest jetzt auch wieder gefeiert, weil das ist total geil. Also, Scrum Guide gefeiert, weil das ist total geil, weil wir haben den reduziert, ja, auf weniger Seiten. Total schön, ja, hat mir total gefallen. Safe hat halt einen ganz einfachen Ansatz. Es nimmt Scrum und macht dann selbstähnlich Scrum auf allen Ebenen. So, das ist eine. Also Ebene. Das gibt es in großen Konzernen halt, lieber Gott. Ja, und der zweite, die zweite Antwort, safe macht Lean und Lean ist total cool. Da gibt es eine Lean Kanban, also da gibt es eine Kanban University, die regiert die Welt im Thema Production und die verbindet das halt. Und wenn wir DevOps denken wollen, da gibt es ein DevOps Report, ja, der verbindet Dev mit Ops, der verbindet Agile mit Lean. Das ist total cool. Also, safe ist für mich, das Öl, also wirklich, das kann man böse denken, ja, wenn man so dieses Big Picture nimmt, ne, und dann gibt es da Ebene 1, 2, 3, 4, ne. Irgendwann hieß es ja mal mit der Version 99, gibt es da 99 Ebenen. Das ist aber, das stimmt nicht. Ich drehe das immer rum und sage, wer ist der wichtigste Mensch im Kaffeeshop ist der Barista, ja. Und dann ist das Team oben. Und die anderen sollen dafür sorgen, dass die gescheit arbeiten können. Ja, also man kann das Böse, man kann das Böse interpretieren, das wird auch, einige Kunden versuchen das immer. Wir haben heute einen wunderbaren Telekom-Vortrag gehört von der Deutschen Telekom, die das auch erstmal versucht haben und nicht angemerkt haben, dass es so nicht funktioniert. Und die jetzt genau das tun, dass sie sagen, ah, wenn wir End-to-End-Wert haben wollen, müssen wir das anders denken, Value Stream Workshop, ist wieder eine lange Antwort. Ja, also ja, ich mag das Safe sehr gerne, weil man es wirklich auch benutzen kann, um in großen Konzernen Brücken zu bauen und die Chance, denen die Chance zu geben, aus der effizienzgetriebenen Nummer rauszukommen, in der effektivitätsgetriebenen Nummer und sowas wie Time-to-Market und Lead-Time und Kanban mal zu denken und zu instrumentalisieren und vielleicht auch mal in selbstorganisierte Teams zu kommen. Ja, denen man übrigens 20 Jahre lang gesagt hat, sie sollen aufhören zu denken und arbeiten. Was total abwürdig sind, ist, wenn man Innovation haben möchte. Also strengen wir uns weiter an, das vielleicht hinzukriegen. Oder die werden sterben. Also nochmal, das ist die Konsequenz. Die werden nicht überleben. Also da muss man sich nur die Fortune 500 angucken in Amerika, wie alt die sind, welche Unternehmen das noch sind und welche inzwischen rausgefallen sind. Da gibt es so, ich zitiere immer gern Bücher, da gibt es sowas wie Eric Ries, The Startup Way. Das ist der Mann, der erfunden hat, wie man Startups macht. Das ist ein Buch, das hat er geschrieben. Also er hat zuerst das Buch geschrieben, Lean Startup, das ist so dick. Und dann hat er das Buch geschrieben, das ist so dick. Und das ist der Erfahrungsbericht bei General Electric zum Thema, wir machen Lean Startup. Das, ne, man kann es ja mal versuchen. Genau, und ansonsten, wer nicht direkt in die Lektüre einsteigen möchte, vielleicht dann nochmal ganz konkret an Michaela, wenn du noch da bist. Der Vortrag, von dem eben gesprochen wurde, das war der erste Vortrag des heutigen Tages. Da hat Manuel mit der Kollegin auch schon ein Märchen aus Safe gemacht, was wirklich sehr, sehr einprägsam und gut erklärend, so ein komplexes Thema könnte funktionieren, eben vor Augen führt. Also ich denke, der ganze Tag war spannend, also auch die Geschichte hinter dem Tag. Wir haben im Märchen angefangen, wir haben uns angeguckt, Safe in kleinen Organisationen, die extrem schnell sich bewegen müssen. Dann kam Safe in großen Organisationen, wo es eben nicht darum geht, etwas aufzubauen. Und der Luke hat es Öhrn genannt, also dass man das wirklich mal braucht, sondern da geht es darum, zu transformieren. Das war die Telekom. Und jetzt haben wir gerade einen Vortrag gehört. Oh, es gibt ja Bereiche in unserer Wirtschaft, wo wir sehr schnell transformieren müssen, wo wir gar keine andere Option haben. Oder die Option ist nur, dass es uns halt nicht mehr gibt. Und da fallen so diese Einzelteile zusammen. Und ich glaube, wenn man dann alle Vorträge sich dann nochmal anguckt, dann erkennt man da so richtig schön die Story, die dahinter steckt. Genau. Und natürlich an der Stelle an alle, die sich gerade zum Thema Safe aufschlauen wollen. Es gibt den Stand von Kegon. Da sind genau die richtigen Leute, um das zu beantworten. Der König Kurt wird bestimmt auch mal vorbeischauen, wenn ich ihn kenne. Keine Audien. Es gibt. Nimm doch mal den König weg, das geht er auch in den Kopf. Seit heute nicht mehr. Seit dem Ersten. Seit heute nicht mehr. Sorry. Alles Manuel gewesen, nicht ich. Ich habe nur die Lippe, sonst nichts. Alles gut. Ich habe nur die Lippe, nicht ich. Es gibt auch die Lippe, sonst nicht mehr. Icht全部 mache mir. Vielen Dank.